DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Sluschaj i ponavljaj Doktor Der Arzt Treba mi Termin Ich möchte einen Termin, bitte. Ich habe Fieber. Vrti mi se u glavi. Ich habe Schmerzen. Gdje vas boli? Wo haben Sie Schmerzen? Koje lijekove vi koristite? Welche tabletne nemen Sie? Imam Proljev. Ich habe Durchfall. Imam Zatvor. Ich habe Verstopfung. Imam Allergiju. Ich habe eine Allergie. Imam Diabetes. Ich habe Diabetes. Je li to boli? Tut das weh? Boli. Das tut weh. Upala mokrećnih kanala. Die blasenentzündung. Grlo je upaljeno. Der Hals ist entzündet. Vakcina. Die Impfung. Recept. Das Recept. Apotheka. Die Apotheke. Brzoporovak. Gute Besserung. Die Impfung. Papcina. Wurzoporovak. Die Impfung. Das Recept. Bis entzündet. Wir amanhene. Das Recept. Das Heide Vamos. Auch laisser Ryuk. Wir na pretz месяua. Wir한illi觉得. L microphones ist ja day vida Besuch. Besuch uns. Besuch uns. Was.